Hallo, hier ist Europa-Box-Achtung, sonst wieder zurück zu Gedi-Hof im Einzelspieler, wir spielen hier mit Michael. Ich hasse Katzins. Und wie soll er jetzt zum Flughafen kommen, mit dem Fahrrad oder was? Ich weiß, sie wissen. Ich glaube, sie wissen. Was? Wer? Ich denke! Wie? Ich weiß nicht, wie. Er hat seine Kopfschmerzen. Ich brauche den Out. Wir sind ja eh nur zum International Airport. Die haben wir jetzt noch gleich los, die Cups. Und dann mit dem Auto hier ist mir eine Flotte. Unterwegs. Ich glaube, man muss oben rein. Die Munition ist geil. Hallo! Jetzt mach doch. Ludendorff. Ludendorff. Das ist kein Zeichen, hier habe ich ein Multiplayer. Das ist kein Zeichen. Das ist ein Realist. Er bekommt die Glorie, ich raus. Das ist nicht sogar eine Entscheidung. Amanda, ich habe keine Wahl. Du willst sterben hier, wo es immer snowen ist? Oder willst du gehen und leben, wo es immer snowen ist? Alles klar. Du willst leben? Sag mir, du willst leben. Wir arbeiten. 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 Wir haben es geschafft, Baby, wir sind zu Hause frei, es ist vorbei. Das ist verdammt, Mann, heute ist geblieben! Oh Gott, alles ist getan, alles ist getan, alles ist getan. Wie gibt es dich da im Grab? Ja, die Mission ist so scheiss. Der Traver ist jetzt, glaube ich, oben beim Grab. Jo. 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 2 Das war's für heute. We could have teamed up! Fuck. You run them now! Hey, go fuck yourself! You started this! I ain't got anything against you people! Fuck off! You're gonna kill my ass! ja 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 Oh And another man Ha 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 You're way off assholes So the driver with the Flugzeug I'm going back to Sandy Shores Trevor Phillips Industries Mr. Phillips This is Wei Chang You know my eldest son Tao? Yeah, the X-Nut Backed out of a contract we agreed on How is he? Still learning the ropes, thank you My friends miss you in North Yankton I was hoping we could talk Ha 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 Was that your people? Oh, of course So I had to cut out Your operation causes problem for me I want to expand into Blaine County But your business and your temperament Prevent me from making inroads Huh, wow, too bad I don't know what you can do about that Yeah, I've already done something We have your lover Whoa, 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 whoa My lover? Michael DeSanta You live in your trailer together With the maid And then you were alone in that big house Well, you're clearly very close You know, how much will you give up? Ha 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 My lover! Yeah, you're right You're right You're right You're right I never want to double cross a friend And put him in danger But you gotta do what you gotta do My business ain't going anywhere I'm serious about this He will die Tell him I love him dearly Sooo Ich glaube, wenn wir gel- Wieso steht- Mhm Ach, ich glaube, jetzt ist die Mission vorbei Wenn wir jetzt gelandet sind Ich weiß nicht, ob ich noch nicht habe. Geil. Ich hätte gedacht, ich hätte die schon. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Geteo.